Ja, Dankeschön. Ich habe nur eine kurze Frage. Wie soll ich mich entscheiden, wenn ich keine Alternative kenne? Ja, also es wird gefragt, ob der Brückentorsaal im Eigentum der Stadt Röntel saniert werden soll. Also, das ist die Frage, die es zu beantworten gibt. Herr Kiersch. Herr Huppe, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre Herr Kiersch. Ja, ich habe ein paar mehr Fragen. Die erste ist eine Trennung der Versorgungsleitung, der grundsätzlich technisch möglich ist. Grundsätzlich technisch möglich ist das natürlich. Okay. Wieso ist eine Sanierung eigentlich in den letzten fünf, vierzig Jahren, das ist über das Gott betrifft von dem, was ich lebe, ausgeblieben? Ja, das kann ich natürlich auch nicht beantworten. Ich sage mal, das ist vor meiner Zeit gewesen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum es in den letzten Jahren nicht saniert worden ist. Das letzte Mal saniert worden ist oder die letzte Ummaßnahme hat stattgefunden 1988, als das Dach angehoben wurde. Da wurde auch eine neue Akustikdecke eingebaut. Da wurden die Wandverkleidungen gemacht und die WC-Bereiche. Aber warum zwischen diesen Jahren und heute nichts passiert ist, das kann ich Ihnen bei Pressebrühe auch nicht beantworten. Ich hoffe, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich eine Frage stellen, vielleicht noch eine Zusatzfrage, aber wir wollen auch andere Anwesen, die hier zu Wort kommen lassen. Ist es denn dennoch richtig, dass eine Sanierung auch mit 5,7 Millionen plus die Unwegbarkeit investiert als ein Neubau ist? Naja, wir haben vor einiger Zeit auch mal etwas zu Neubaukosten von einer Stadthalle gesagt. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, nach dem ersten Teil, dass wir die Stadthalle heute hier nicht thematisieren wollen, weil das nicht nur ein Abendprogramm, sondern auch ein halbes Nachtprogramm wäre. Wir wollen uns auf den 10.11. konzentrieren. Natürlich sind da auch Zahlen genannt worden und der Stadthalle Neubau hat damit geschlossen, teurer zu sein als die Sanierung, die wir heute hier vorgestellt haben. Gut, danke. Dann haben wir hier Herrn Hageböck hier vorne. Okay, ich habe eine laute Stimme, ich kann das auch so sagen. Mich interessiert natürlich die Frage, wenn wir hier schon hören, dass es 5 bis 6 oder 7 oder 8 Millionen kostet, die Sanierung. Da müssen wir doch zumindest hören, was ein Neubau in etwa kosten würde. Irgendwo Pi mal dauernd, das müsste doch klar sein. Das ist auch klar. Wir haben das ja seinerzeit auch in der öffentlichen Bauausschusssitzung geschildert. Neubau hängt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Standort, zwischen 8,6 und 9,3 Millionen. Danke. Das sind 10 bis 20 Millionen. Uwe, nächste Wort. Ja, bitte. Man kann das mit dem Neubau nicht trennen, voneinander die Beantwortung und die Bewertung. Denn was passiert, man macht Neubau, was passiert dann mit dem verrückten Torsaal? Die heißt ja immer noch Brandschutzmängel. Lassen wir den leer stehen, was passiert dann damit? Also man kann das für meine Begriffe nicht so trennen. Wir haben vorhin gesagt, das war die Alternative. Also derzeit das, was der Rat beschlossen hat, ist zu verkaufen, den gesamten Komplex zu verkaufen. Alle Eigentumsanteile, sowohl die der Stadt Rüntel als auch die der anderen Teileigentümer zu veräußern. Das macht man heutzutage an Projektentwicklungsgesellschaften. Die kaufen das aus und die bauen dort etwas Neues in Absprache mit der jeweiligen Kommune, die ja die Bauleitplanung durchführt und die letztendlich auch die Baugenehmigungen erteilt. Ja, bitte. Wir haben ja nun verfolgt, wie schwierig es ist, die Eigentumsverhältnisse zu beurteilen beziehungsweise dann die gemeinschaftlichen Anlagen auseinander zu fummeln, sage ich mal, Platz. Ist es denn schon mal durchdacht worden, wie es wäre, wenn die Stadt den ganzen Komplexen der Eigentums übernehme und alle diese Probleme nicht mehr da wären? Also natürlich haben wir darüber nachgedacht. Wir haben noch kein Mandat von der Politik bekommen, uns intensiv damit zu befassen. Aber wir haben natürlich im Hause schon diese Dinge durchdacht und sind ja auch öffentlich schon kommuniziert worden. Selbst wenn wir alles erwerben, dann kommen natürlich die Sanierungskosten zunächst erstmal. Auch in etwa dieser kalkulierten Höhe zum Tragen plus den Kaufpreis für die weiteren Eigentumsanteile. Dann haben Sie natürlich völlig recht. Dann gehört mir alles. Und dann muss ich natürlich auch keine Teilungserklärung oder Eigentümergemeinschaften betrachten. Natürlich ist das eine Möglichkeit von mehreren. Mehreren. Hallo. Keine Minute. Ist das schon jetzt? Ich hoffe, man kann mich verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank.